Die Frage ist, können wir das halten so, ne? Meine Überlegung ist halt, ja gut, wenn Öl das Thema ist, dann müssen wir halt auf die massive Suche nach Öl gehen. Ich meine, ihr habt das da oben angeschlossen, das hat schon mit Sicherheit das System ordentlich entlastet, ne? Dazu kommt mit 25.000 an, während im Lagern, das Lager ist voll, also. Da unten ist eine Ölpumpe, die ist gar nicht angeschlossen. Ist ja seltsam. Eine Pumpe ist nicht angeschlossen unten, die hängt so ein bisschen im Ding. Wahrscheinlich auch wie ein Rohr verloren gegangen. Jaja, wenn ich mal dort bin, mache ich es auf jeden Fall. Also Eisenerze haben wir auf jeden Fall Probleme, die bauen zu langsam ab, die Sachen, die wir haben. Da kommt zu wenig Erz nach. Ja. Ja. Und dadurch haben wir auch Stahlprobleme ein bisschen. Also wir haben genug auf Lager, aber... Ja, muss ja nicht auf Limit laufen. Haben wir irgendwo ein größeres Eisenerzfeld? Also ich meine wirklich ein größeres, größeres? Ich glaube nicht innerhalb der Base. Ne, innerhalb meine ich jetzt gar nicht, ich meine außerhalb auch. Ich finde, ich weiß, also ich suche jetzt gerade so am Randgebiet irgendwie, aber ich finde kein größeres Feld. Also was halt nicht fünf Minuten nur hält, sondern da unten haben wir 1,6 Millionen bei der Kupferkabelgeschichte. Aber das ist jetzt das Einzige in der Größenordnung, was ich sehe. Ne, fünf Millionen da oben. Oben links. Ganz links von der Base. Also da, wo eure Ölanlieferung ist und da von links ab noch ein bisschen. Oder nördlich von der Bauer sind siebeneinhalb. Von wo? Also nördlich, wo ich das neue Öl angeschlossen hätte, sind siebeneinhalb Millionen. Boah, das wäre halt auch geil, ne? Da ist auch Kohle nebendran. Uran ist da auch in der Nähe. Da so einen schönen Zulieferbahnhof. Mehr als genug. Okay. Ja, gut, wir könnten trotzdem. Da oben Kohle mitnehmen, Eisenerz. Dann müsst ihr halt Partsy freiräumen, ne? Was? Wo? Wir können ja, warte mal, ich markier's mal. Erzbahnhof. Züge, die die Schmelzen beliefern, stehen halt am, dem Punkt, wo sie Erz abholen und werden nicht voll. Ja. Das ist halt nix, ne? Wobei, wenn die rechts, wenn die sowieso, na gut, dann schneller geht's da auch nicht, ne? Ne, es ist ja überall ein Erzförderer drauf, deswegen, also schneller können wir es nicht machen. Bänder laufen nicht voll, also liegt jetzt nicht daran, dass es rote Bänder sind, sondern es ist einfach zu wenig Produktion. Es kommt zu wenig, ja. Wie ich den Agro-Beat, ja. Problem ist halt, ich hab für den Panzer halt keine Munition, ne? Panzer-Beat. Vor allem das größere Problem ist wahrscheinlich, du müsstest die komplette Mauer da hochziehen, ne? Ja, genau, das sehe ich eher als Problem an, die Mauer da, oder es einmauern. Oder eigene, eigenständige Verteidigung. Ja. Ja, dass man so eine Art kleinen, so eine kleine Exklave draus macht. Da müsste man aber alle dann da rein, weil da muss man relativ schnell da oben den Platz freiräumen, der da, weil das ja alles bewaldet, das ist ja mitten im Wald alles. Und da mit, mit, wenn das einer macht. Vielleicht sollten wir es nicht abholzen. Hm? Vielleicht sollten wir es nicht abholzen, sondern freischießen dann. Der Zwerg, sein Zug steht schon wieder da. Willst du wieder raus, Parzi? Zwerg, barg dich doch auf einen Bahnsteiger. Nee, Bahnsteige sind ein Bebbe, ja. Ja, Munition haben wir 10.000, also wir könnten auch einfach den Wald abschießen. Ja gut, könnten wir auch, aber am Ende des Tages, also ich denke, es macht Sinn, wenn man da recht schnell den Bahnhof zieht. Parzi baut recht schnell die Verteidigung hoch. Ähm, und dann, äh, beziehungsweise ich, 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 ich arbeite, muss mich ja auch erst mit der, mit der Bahntrasse dann da hocharbeiten. Ähm. Ähm, das war gerade sehr oft das Wort schnell in den Satz. Ja, schnell, schnell, schnell. Brandmunition. Ich habe ja, das wäre halt auch die geile Idee, du stellst dich halt einfach bei dem Ölfeld hin, machst mit deinem Flammenwerfer einfach mal, äh, so einen, so einen, so einen Sprutz in die, in die, in die Prärie rein und wartest einfach, bis der komplette Wald abgefackelt ist. Ich sag Artillerie. Ich finde Brandmunition gar nicht so schlecht, also Flammenwerfer wäre an der Stelle tatsächlich die beste Wahl, weil dann, dann, dann zündest du das einfach an und kommst in einer halben Stunde wieder, wenn der ganze Wald weg ist. Weil der, das ist ja so zusammenhängend alles, das brennt quasi bis zum Erz oben durch. Schau mal wie dicht das ist. Hä? Ist da eigentlich Verschmutzung da oben? Geht sogar noch. Finde ich ja wild. Recht schnell und parzi, merkste? Boah! Uiuiuiui! Das ist doch recht schnell und parzi. Weiß ich auch nicht, was immer mal, also... Ja, wie, was sollten das? Weiß ich nicht. Das ist ja hate. Hate! Lightning Turret, was ist das denn? Hättest du Lightning McQueen aus Chaos? Bier schreibt sowas, ja, Bier schreibt sowas. Wahrscheinlich MB. Geht ja gar nicht. Also, ich überlege gerade, was braucht man denn für einen Flammenwerfer? Kannst du super schnell bauen. Was brauchst du denn für diese Flammenwerfer-Munition? Napalm. Ne, Rohöl. 100 Rohöl und 5 Stahlträgern kannst du einen Flammenwerfer brennen. Pass auf, wir machen das jetzt mal. Ich möchte das mal einmal bauen. Achso! Ah, gut. Das kannst du wahrscheinlich nicht im Inventar zusammen craften mit 100 Rohöl, ne? Ne. Deswegen haben wir auch noch keine Flammenwerfer-Geschütztürmer, weil du halt die komplette Produktion dafür aufziehen musst. Ne, musst du nicht. Ich will ja nur einmal eine Kartusche haben. Ja, jetzt. Aber wir haben ja Flammenwerfer-Türmer ja auch. Oh ne, da brauch ich ja so eine Chemiefabrik, ne? Mhm. Oh ne, die war da mal... Ja, warte mal kurz ein bisschen die Drohnen. Gut, dann muss ich nochmal zurückfahren, weil bis ich die gebaut habe, das dauert jetzt. Das kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif bauen, das Ding. Mein Inventar ist dafür noch ein bisschen zu voll in der Produktion. Da hängen maybe auch noch 57 Logistikroboter in der Produktion fest. Boah, da fliegen ein paar Drohnen mit Holz durch die Gegend. Mhm. Was ist das du? Dann ist es heutzutage per Zug zu Quad Blue rüber. Oh, welche Logistik. Ich fahr es jetzt manuell rüber, nicht automatisch, aber dann hält es erstmal eine Weile, dass die Drohnen in Ruhe geben und nicht fliegen müssen. Ich dachte nicht, dass das soweit weg ist. Okay. Ja, nun gut. Also, ich denke... Also bin ich. Genau. Äh, jetzt war... Scheiße, was habe ich hier jetzt geklickt? Das ist falsch. So. Ähm. Da vorne, ja. Hat einer von euch eine Chemiefabrik irgendwo rumliegen, die mir ja sponsoren kann? Ja, habe ich im Inventar. Ich würde abholen kommen. Wo bist du gerade? Mit einem Personenbahnhof. Dann eile ich zu dir. Bin auf dem Weg. Ja, stehen neben deinem Bahnhof. Ah, super. Ähm, und vielleicht hast du noch... Achso, warte mal. Den Flammenwerfer hast du wahrscheinlich nicht gebaut. Nee. Aber ich könnte einen bauen. Hast du einen freien Produktionsslot? Oder... Mhm. Echt? Ja, wenn du mir einen bauen könntest, wäre das toll. Ja, ich suche gerade, wo er in meinem Inventar gelandet ist. Ich nehme an, das ist in dieser... Ah, ne, er baut noch. Achso. Da soll er reinkommen, richtig? Sind das die jetzt alle, die hier stehen, ne? Ja. Erkennst du dich, der Flammenwerfer. Oh. Dank dir. Flammenwerfer! So, dann machen wir das mal so. So, ich muss jetzt die Munition rausgeben. Bum, 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 bum. So, dann kommt der Flammenwerfer da rein. Die Minigun habe ich ja auch noch, meine Güte. Ähm, ja gut. Dann, äh, brauchst du die Kiste noch, Leninz? Nö, nö, kannst du mitnehmen, wenn du möchtest. Jo, ne, ich packe sie dann, äh, zurück ins Logistik-Inventar. Jo. So, und dann fahre ich da hoch zum Ölbahnhof. Und baue nur so ein Mikroabzweig. Oh, scheiße, da hätte ich Rohre für gebraucht, ne? Aber vielleicht kann ich mir die anfordern. Oh, ja, second. Ja, sind ein paar auf dem Weg, das reicht mir schon. Geil, geil. So, weil wir kriegen ja hier unten, kommt doch Öl an, ne? Ich erinnere mich, hier. Ich will mir einfach nur ein bisschen Öl wegsnecken aus der Leitung hier. Gut, das läuft, ich bin, ich bin quasi unterwegs. So, dann brauche ich jetzt nur noch Brennstoffe, Flammenwerfer. Ich brauche ein bisschen Stahlträger, die habe ich. Und ich brauche ein bisschen Rohöl, die habe ich auch. Das heißt, ich baue mir hier mal diese eine Chemiefabrik hin, so ein Mikro-Ding. So, dann sag du, stellst mir das Zeug her. Wir werden angegriffen. Ach, Parti oben. Okay. Parti, kommst du zurecht? Mein Parti ist gleich tot, weil ich stuck bin. Was? Help me, bro. I'm stuck. Parti, Bear, don't do it. Ich habe einen Panzer verloren. Parti, Bear, don't do it. Bin zuvor sehe ich besser dran. Trauer, schade, das ist, was jetzt einfach nur Veto ist, die ganzen Materialien an dem Ding, was ich vorangeballert habe. An der Munition. Code Blue hat zuvor schon eingereiht. Tanks 2. Geil. Da freut sich Parti, Bear, bestimmt auch. Ja, die Reichweite wäre schon nochmal besser. Aber du hast jetzt eigentlich da oben ziemlich gut schon, das erste Nest ist komplett gecleared, ne? Das erste Nest ist weg, ja. Geil. Ja, gut. Boah, das wäre so ein schönes Erzfeld da oben. Das würde Lenin jetzt bestimmt freuen. Mhm. Parti einfach mit der Minigun voll am Durcheskalieren. So sieht's auch aus. Ja. Falls irgendeiner das Drohnen jetzt braucht, sagt Bescheid, dann mache ich meinen Auftrag mit mir heute wieder raus. Ansonsten haben wir keine Drohnen mehr. Äh, ich brauche gerade ein paar Drohnen, glaube ich. Warte mal, gib mir eine Sekunde. Also ich krieg, meine Lieferung ist auf dem Weg. Also ich mache dir keinen Stress wegen mir. Aber jetzt hier viel Wald, ach du Scheiße. Deswegen nehmen wir einfach die Minigun, die da hast und drück C auf die Bäume die ganze Zeit und schießt die halt weg. Die Minigun haben wir jetzt genug. Sammelst du nicht das ganze Holz ein. Da hast du die Drohnen. Oh, Partibert. Aber, wo bist du denn mit dem Flammenwerfer? Ich bin auf dem Weg. Die Produktion ist bereit. Ich weiß nicht, wie viel drei Kartuschen wert sind. Ich wollte jetzt einfach noch ein paar Sekunden mitproduzieren, in der Hoffnung, dass es klappt. Ich würde halt nur empfehlen, vielleicht speichern wir vorher. Weißt du, falls der Server abschmiert? Oder halt einfach die ganze Welt in Flammen steht, weil dir so viel Wald ist, dass es einfach alles an den Übereinander übergreift? Ja, ist ein Argument. Einfach nur zur Sicherheit. Wir können es ja laufen lassen, aber nur das Backup zu nehmen. Ja, ja, also speichern macht auf jeden Fall Sinn. Da gebe ich dir recht. Wenn wir es haben, werden wir es nicht brauchen. Deswegen. Also, meine Lieben, ihr könnt euch den Flammenwerferbrennstoff anfordern. Wenn ihr das möchtet, den gibt es jetzt im Netzwerk nur für euch. Jetzt im Kühlregal. Jetzt im Kühlregal. Also, wenn ihr Flammenwerferbrennstoff braucht für euer Leben, dann ist der jetzt für euch verfügbar. Sehr gut. Aber mengenmäßig ist das Mikro, ne? Also, Mikro, Nano, winzig. Da kommt nicht viel bei rum. Das reicht, ja. Es reicht, um mal mit dem Flammenwerfer rumzuspielen. Wie kann ich denn eigentlich die Waffen nochmal umbeschalten? Tab oder was? Ne. Tab, ja. Echt? Aber dann muss ich aus dem Zug raus. Bremser ausgerüstet ist unten. Ja, ist drin. So, ich bin gleich da, Parti. Und dann steige ich aus, speichere und dann laufe ich zu diesem Außenposten raus. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin super gespannt gerade. So, ich muss noch mal eine kurze Kleinigkeit nochmal überprüfen. Dann schicke meinen Zug jetzt mal zum Personenbahnhof runter. Für den Fall, dass ich gleich frage, wo ist denn mein Zug abgeblieben? Da. Was sagt unser Stromnetz? Oh, 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 oh. Ich bin echt weggebrannt, ja. Oh, oh, oh. Wortwörtlich. Was ist denn da los? Wir können unseren Bedarf nicht mehr decken. Bedarf an was? An Strom. Elektrizität. So, ich speichere jetzt erstmal. Moment, stopp. Spiel speichern. Speichern. Spiel ist gespeichert. Ihr könnt gerne auch nochmal einen eigenen Safe machen. So, ich laufe mal zu Parti gerade hoch. Oh, das steht auch mit Zwerg im Chat. Was? Projekt beendet, wegen es ja auch abgemacht. Ganz komisch. Weiß auch nicht. Okay, Parti, bist du ready? Bringt das schon sehr ziemlich herum. Ja, ich bin ready. Los, zünd an. Na, die, ab. Also, ich hab mir das nicht so spektakulärer vorgeschrieben. Ja, Zwerg, burn it. Brennen wieder den Wald. Ich mach alles für euch. Mach alles. Es zieht. Ich bin da nicht zu Hause im Nachmachen. Ja. So, das war's. Sprit leer. Oh, shit. Oh, shit. Es brennt sich schon ein bisschen los, ne? Ja. Du hättest 22 Patronen als Nachschub an der Ölfabrik. Ja, aber ich bin ja nicht im Logistiknetz, oder? Nee, nee, dann. Das wäre auch sinnvoll hinzufahren, statt die Drohne drei Kilometer fliegen zu lassen. Ja, das stimmt. Aber das breitet sich tatsächlich aus, ne? Also, das klappt schon ganz gut. Wir stehen hier in der freien Zone. Hier kann uns nichts passieren. Hier ist auch kein Qualm. Hier sind wir komplett frei. Ja. Aber jetzt... Hier atmet es sich noch frisch. Boah, jetzt müsste es gleich richtig eskalieren, ne? Weil, muss man sich vorstellen, was das jetzt an Luftverschmutzung erzeugt. Mhm. Den kompletten Nordwald wegzubrennen, ist vielleicht für die Alien-Entwicklung... Ein bisschen Angst um meine Ölproduktion da oben. Ein bisschen. Ja, man merkt auf jeden Fall hier oben, äh, entsteht jetzt gerade so ein bisschen so ein leichter Dreck-Smog. Oh, na, jeet. Also, ich sehe da gar keine Probleme, Partsybert. Nee, das ist gesund. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir unten wieder nach Hause kommen, wenn wir nicht durch den Dreck laufen wollen. Aber ansonsten geht das sogar eigentlich ganz gut so. Ach. Wenn du da oben wartest, kann ich dir ein paar Drohnen nachbringen, so. Wenn du noch ein bisschen Flammenwerfer spielen möchtest. Na, ich glaube, wir brauchen das gerade gar nicht, weil das läuft eigentlich ganz erstaunlich gut hier oben. Also, diese Initialfeuer, das wir da gezündet haben, das brennt sich da tatsächlich ganz erstaunlich gut durch im Augenblick. Ich weiß nicht, ob das für immer geht. Keine Ahnung. Könnte ein bisschen besser sein. Ich glaube, bis es halt nichts findet, wo es übergreifen kann. Jaja, genau. Also, man merkt, dass auf der linken Seite wird es schon ein bisschen dünn. Oben, da brennt es hier auf der oberen Seite brennt es auch schon so ein bisschen aus. Da ist es einfach zu dünn bewachsen. Aber nach oben hin, genau in den Wald, wo die Aliens da hinten waren, da geht das schon ganz erfolgreich raus. Die Verschmutzung ist auf jeden Fall schon nicht ohne. Ist ein Thema, sagst du? Ist furchtbar da, ja. Wo hin jetzt? Geil. Danke. Let's do it! Ähm. Was denn? Ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Ja. Aber ein Wald abzuhalten, wo eine Rohrleitung durchgeht, damit die Rohrleitung auch verbrennt, ist jetzt nicht... Was? Die Rohrleitung kann verbrennen? Ja. Oh no! Wenn du durchs Feuer läufst, kriegst du auch Schaden. Oh nein! Ich hab wieder eine neue rangemacht. Ja gut, im Süden, im Süden sollte es... Ja, so du... An sich sollte ja eigentlich alles abgebrannt sein, was dazwischen war. Partybert! Und verwundert, dass die Strommasten überlebt haben, da ich als erstes dran gedacht, dass die gleich weg sind. Ja, ja. Ja, das hab ich auch gedacht. Deswegen hab ich den einen Strommasten freigeschossen, aber da ist gar nichts passiert. Ich fahr wieder in die Base und guck zu, was ihr da macht. Zündeln! Immer nur zündeln! Immer aufstehen, ey. Ob dieses Nest plötzlich her... hat... Der Server macht erstaunlich gut mit bisher. Deswegen, ich zündel gerade aus Spaß auch ein bisschen rum, weil ich einfach wissen will, was passiert. Das Game sagt jetzt nicht mehr. Boah, da oben ist aber echt ein größeres Nest jetzt. Die Feuerwalze geht da zu. Partybert, du beschützt mich, oder? Ich bin ein Schisser. Ja. Let's go! Zünd noch mehr. Da, schau! Da, brennen! Da! Oh, da ist das Nest! Ja, eben! Ihr kriegt mich nie! Ihr kriegt mich nie! Die Feuerwalze, Party! Die Feuerwalze! Mehr Feuer! Ich... Ich mach doch schon! Es muss mehr sein. Mehr Brennan. Schauen wir mal, da oben müsste es doch eigentlich noch weitergehen. Also, ich finde, der Server macht es erstaunlich gut. Also, habt ihr irgendwelche Lags? Nee, aber ich hab ein Problem gefunden. Was denn? Was? Und so Akkus halten so ungefähr... Ja, nicht. ... jetzt schätzen müsste, zehn Prozent von der Nacht. Mhm. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Der Bedarf ist irgendwie ganz wild. Also, mehr Solar- und Akkuparks bauen. Ja, ich denke, das ist der Zukunft auch. Ja, der Verschmutzige ist jetzt ein bisschen heftig, ne? Zwerg. Meinst du? Ja. Das war ein bisschen dabei, euch entstanden. Ja, da ist... Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, ganz klar, ähm... Ja, aber der Wald schluckt's noch. 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 Ja. Gleicher Wald. Ja, genau. Aber, äh, es brennt jetzt tatsächlich hier an allen Ecken irgendwie, gefühlt. Ähm... Aber spannend an der Sache finde ich eigentlich, dass der Server das so erstaunlich gut macht. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, der macht... Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Feuer das so erstaunlich gut macht. Was? Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Feuer das so erstaunlich gut macht. Also, der... Ich meine, das Feuer breitet sich ja hier in den... in diesen... in diesen, ähm... Stückchen, die noch übrig sind, aus. Aber in dem großen Wald geht das ja komplett aus, ne? Also, da geht das komplett von einem Baum auf drei andere gleich über. Wie weit sind wir hier? Wo habe ich denn den Zugstrichen gestellt? Ja, das ist... Das brennt ja auch immer noch, ne? Selbst wenn du nicht in der Nähe bist. Ich meine, es ist schon vieles ausgegangen, aber es ist auch noch vieles am Laufen, ne? Also, das ist... Uiuiui. Ich habe das genau gesehen, Kotlu. Das Eisenfeld, glaube ich, ist frei demnächst. Brauchst du das noch? Nö, ist ja nur, um es hochzufahren. Genau. Das mache ich jetzt auch. Also, wir haben... Du hast die Anforderungsgiste halt weggemacht. Ja, das ist gut. Die Anforderungsgiste ist weg. Ja, die habe ich weggemacht, weil sonst die Drohnen die ganze Zeit immer beides beliebt waren. Ah. Das wäre ja Quatsch. Das verbraucht viel Holz. Holy Shit, da waren 10.000 Holz drin. Ja, da waren 10.000 Holz drin. Die Kundung liegt wohl auf Waren. Solide Feuerwalze. Ja, da oben läuft es gerade. Apropos, ich muss mal einen Zug holen. Jo, da ist mein Zug. Da ist mein Zug. Ich muss mal einen Zug. Ja, da ist mein Zug. Ja, da ist mein Zug. Da ist mein Zug. Ja, da ist mein Zug. Ja, da ist mein Zug. Ich müsste auch wieder demnächst ein paar Kleinigkeiten hier haben. Kann das sein, dass wir kein Holz mehr im Ligustiknetz haben? Ja. Ja, da waren irgendwie nur noch 8.000 gerade da richtig gesehen habe. Nice. Haben wir gleich alles verbraten da oben. Ja gut, aber das war ja das erklärte Ziel, oder? Genau. Kann ich hier die Anforderungen auch wegmachen, dann haben wir vielleicht wieder 1.500 Drohnen statt nur für 500. Das verstehe ich nicht. Da oben ist gerade ... Schau mal die Verschmutzung an. Uiuiui. Ja gut, da steht so gut wie kein Baum mehr da, das ist ... Unangenehm. Gut. Schön war es, ey, da so ein bisschen mal was auszuprobieren, gefällt mir gut. Bisschen Feuer machen. Wenn du magst, ich kann ruhig das Holz gleich wegbringen. Ne, jetzt musst du das nicht machen. Wenn ich schon damit anfange, dann kann ich es auch wegbringen. Würde ich mal sorgen. Wir haben momentan mehr Fische im Logistiknetz als Holz. Ist eine solide Geschichte. Ja gut, viel Holz hatten wir ja eh nicht, ne? Also die 80.000 ... Verstehe ich auch nicht, ne? Gar kein Problem eigentlich. Ja, so. Habt ihr mal eine Anfahrungskiste reingelegt. Wo ist mein Zug hin? Ich bin losgefahren. Was ist denn losgefahren? Na eingestiegen, oder? Ich bin eingestiegen, ja. Ja, der hat die Aufgabe, dass er losfahren soll, wenn Fahrgast drin ist. Ah, okay. Ich habe dir mal die Anführungskiste in deinen Zug gelegt und kannst du zur Not hinten ja den wieder hinsetzen. Dass wenn mal wieder Holz kommen sollte in Zukunft, dann können die Drohnen ja direkt das dahin liefern müssen. Dann haben wir jetzt die Masse erstmal weg. Ich bin Matthias ein Zwerg mit seinem Zug. Immer. Oh, Pazi, kannst du dir nicht einfach mal einen anderen Bahnhof aussuchen? Nee, weil da ist das Logistikzentrum. Ja, eben. Ich muss noch ein zweites nebendran bauen, wo einfach ein Pazi-Bahnhof ist oder so. Du solltest einfach ein Ausweichgleis machen und nicht das einzige Gleis belegen, was rausführt. Okay, das ist ein Argument mit dem Ausweichgleis. Ich nehme diese Kritik an. Ich ignoriere es dann, aber ich nehme sie grundsätzlich mal an. Es gibt einen einzigen Gleis, der rausführt aus der Ding. Oh, cool, wenn man an den Akkus vorbeifährt und alle leuchten rot. Schön, ne? Mhm. Weil sie leer sind. Ich baue dir dann auch. Ich baue meinen eigenen Zentralbahnhof. Nicht schon wieder, Pazi. Nimm mal diese Ego-Bärt. Ich komme jetzt vielleicht einmal raus. Du kommst immer raus. Als ob du hier eingesperrt wirst. Also das gibt es doch gar nicht. Ich bin falsch gefahren. Ja, das wundert mich jetzt gar nicht. Ich wollte da nach unten. Ja, das wovere glaube ich. Ja, ihr habt Ja, ich mache gleich CPR. Danke schön, ich habe alles das. Untertitelung des ZDF, 2020